Gut, wenn ihr schon viel wisst, wir werden ja viel gewarnt, schon mal hier allein bei Wikipedia und wenn man unter Sonnenbad nachguckt, ich will den Text nicht lesen, deswegen habe ich nochmal schwarz gemacht, was wichtig ist, ein Risiko, Hautkrebsrisiko, Vermeidung direkter Sonne, insbesondere in den Mittagstunden. Und wenn, dann muss man Sonnenmilch auftragen, möglichst schön vorher, Viertelstunde vorher und dann heißt es, zwischen 11 und 15 sollte man die Sonne meiden. Also wir werden an allen Ecken gewarnt, auch hier, wenn man schwanger ist, was soll man tun? Sonne meiden. Oder wenn man blond ist oder rothaarig, was soll man tun? Sonne meiden. Oder wenn man Kopfschmerzen hat, Punkt 4, was soll man machen? Sonne meiden. Oder wenn es warm wird, was heißt es in Nachrichten? Sonne meiden, Viertelstunde. Na gut, hat natürlich in gewissem Sinne einen Hintergrund, aber man sieht doch, die Sonne hat eigentlich ein schlechtes Image. Spenden Sie Schatten, hier in dieser Dermatologen-Annonce heißt es, Sonne verursacht Hautkrebs, Schlagwort. Aha, wir sind alle, wir wissen alle von dem, was wir so hören, Land auf, Land ab. Sonne verursacht Hautkrebs. Aber das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, denn was macht die Sonne eigentlich? Sie bildet Vitamin D auf unserer Haut und der ganze Mechanismus muss uns jetzt nicht interessieren, aber das, was ihr gesagt habt, ist ja völlig ausreichend. Wie sieht aber unser Leben aus? Wir leben hinter Glas und Beton und brauchen künstliches Licht und Horizont sehen viele gar nicht, vor allem in der Stadt nicht. Und wenn sie zur Arbeit müssen, dann gibt es so eine kleine Blechkästen, mit denen kann man sich auch sehr gut vor Sonne schützen. Und im Büro oder wo man auch arbeitet, ist man auch gut vor der Sonne geschützt und dann kommt irgendwann mal der Urlaub. Man sagt ja, herrlich, der Sommer im Norden. Ja, das ist immer ein ganz besonderer Tag. Also der Sommer ist manchmal kurz bei uns, dann ist das Wetter schlecht und das sind alles so Faktoren, warum wir wenig der Sonne ausgesetzt sind. Und dann kommt die Sonne mal und dann ist das der Einsatz für Sonnenmilch mit möglichst hohem Lichtschutzfaktor. Ja, und das Ganze resultiert dann darin, wie hier dargestellt, wir müssen uns an allen Ecken vor Sonne schützen. Ey, wissen Sie, wie da vorne manchmal die Sonne reinknallt? Also, ja, ein bisschen übertrieben jetzt, aber im Grunde genommen ist das ein Problem. Vitamin D-Mangel ist weit verbreitet. Und hier heißt es dann in Studien 80 bis 90 Prozent der deutschen Leitende in der Unterversorgung mit Vitamin D. Ich nehme auch oft Vitamin D ab in der Praxis und würde die Zahl absolut unterstreichen. Also ich würde sagen, die ist eher über 90 Prozent. Man findet also sehr, sehr häufig Vitamin D-Mangel, rundum, mit ganzer Bevölkerung. Und das hat im Grunde, hier dieser Vitamin D-Forscher sagt, in den Vereinigten Staaten und weiten Teilen der westlichen Welt herrscht ein Vitamin D-Mangel von epidemischen Ausmaßen. Also es sind Massen betroffen von. Grund genug darüber nachzudenken, wozu wir Vitamin D brauchen. Was kann das Vitamin D bzw. was kann die UV-Strahlung? Wir haben es schon gesagt, es stellt Vitamin D her, ein Hormon in unserem Körper mit ausgesprochener Wichtigkeit. Es kann den Kalziumstoffwechsel regulieren und damit unser ganzes Knochen, unsere Knochengesundheit auch herstellen. Für die Immunabwehr ist es von besonderer Bedeutung. Es kann Krebsarten vorbeugen. Für die Leistungsfähigkeit ist es enorm wichtig. Es kann den Blutdruck normalisieren. Es kann auf Hormone einwirken. Es kann unser ganzes psychische Wohlbefinden auch regulieren. Also für viele Punkte ist es ganz besonders wichtig. Und man kann da sogar sagen, dass es kaum eine Zelle gibt im menschlichen Körper, die keinen Vitamin D-Rezeptor hat. Also alles ist abhängig von dem Sonnenlicht, also sprich vom Vitamin D. Damit sind natürlich eine ganze Menge Krankheiten auch potenziell betroffen. Hier geht es auch um Insulinsekretion, also die ganze hormonelle Funktionsfähigkeit im Körper. Hoden, Ovar, Herzmuskulatur. Dann unsere Muskulatur, quergestreifte glatte Muskulatur. Der Tag-Nach-Rhythmus wird dir leicht beeinflusst davon. Also das hat eine ganze Menge wichtiger Funktionen. Und entsprechend sind auch Symptome da, die manchmal auch gar nicht so schnell erkannt werden. Da kann es dann zum Beispiel Nackenschmerzen sich äußern. Oder Wadenkrämpfe. Also ich stelle sehr häufig fest, dass Wadenkrämpfe mit Calcium und Magnesium behandelt werden. Und dann findet man auch vorübergehend eine Linderung. Aber man muss die immer nehmen, sonst kriegt man Wadenkrämpfe. Und dann schluckt man halt diese Nahrungsergänzungsmittel weiter. Aber wenn man einen Vitamin-D-Spiegel anhebt, dann sind diese Phänomene oft weg. Ja, so weiße Flecken oder Linien kann ein Zeichen sein. Augenzucken. Wir haben von den Muskeln gerade gehört. Das kann manchmal ein Augenzucken auch sein, ähnlich wie die Krämpfe. Oder Schwindel ist auch manchmal ein Symptom von einem Vitamin-D-Mangel. Da gibt es aber ganze Krankheiten, die durch einen Vitamin-D-Mangel entstehen können. Und die häufigste ist, wer weiß es? Die bekannteste. Migräne. Nee. Wie? Was habt ihr gesagt? Die Kinder aus den O-Beinen. Die O-Beine, die O-Beine. Wie heißt das? Die Rachitis. Ja. Genau, also Osteoporose auch. Aber erstmal beim Kind ist es hier die Rachitis. Hier sind so ein paar Bilder. Es kommt bei uns nicht so häufig vor. Warum? Weil man das Problem schon erkannt hat und den Kindern im ersten Lebensjahr Vitamin D substituiert. Aber dann nach einem Jahr hört man auf. Dann gibt es zwar keine Rachitis mehr oder selten. Aber beim Erwachsenen heißt es dann Osteomalazid. Das ist eine Knochenerweichung. Kann mit Knochenschmerzen hergehen. Aber manchmal wachsen Kinder auch auf und dann sagen sie, mir tut das hier so weh. Ja, sagt der Doktor, ja, das ist Wachstumsschmerz. Ja, Wachstumsschmerz aber ist offensichtlich ein Vitamin D Mangel. Und das kann dann eben auch Folgen haben. Aber es gibt auch in letzter Zeit viele Forschungen darüber, dass es nämlich nicht nur sich in Bezug auf das Skelettsystem auswirkt, sondern auch in Bezug auf andere Krankheiten. Und dazu gehört auch Krebs. Und hier heißt es dann, Vitamin D schützt vor Krebs. Nicht nur vor Rachitis und Osteoporose, sondern eben auch vor verschiedenen Krebsarten. Hier heißt es dann Sonnenschein gegen Brustkrebs. Also hier hat man festgestellt, dass man das Brustkrebsrisikum die Hälfte senken kann, wenn man regelmäßig an die Sonne geht. Auch wenn man Brustkrebs schon hatte und ein mögliches Rezidiv oder Metastasenbildung verhindern will, ist ein niedriger Vitamin D Spiegel begünstigend für ein erneutes Auftreten von einem Mammakarzinom oder Metastasen. Also man kann dann eben auch sich, nachdem man Krebs hatte, auch dann noch besonders schützen. Hier hat ein Wissenschaftler festgestellt, dass hohe Vitamin D Serum Konzentrationen 20% des Brustkrebsrisiko senken. Und das ist doch schon enorm, nicht wahr? Also die greift nicht die Aussage zu sagen, dass wenn sich der Sonne aussetzt, dass man dann das Krebsrisiko erhöht. Das ist einfach so schlicht falsch. Im Gegenteil ist es im Grunde genommen richtig. Wir brauchen die Sonne auch im Schutz gegen den Krebs. Das Ganze gilt auch für andere Krebsarten. Prostata, Krebsrisiko. Sonne in Maßen halbiert Prostata, Krebsrisiko. Und natürlich reden wir hier nicht von Verbrennen oder von Hautrötung, sondern wir reden einfach von einer gesunden Sonneneinstrahlung und ohne dass die Haut mit Sonnenbrand reagieren muss. Interessant ist auch, wenn man das mal mit den Breitengraden vergleicht. Hier sieht man mal eine Karte von Amerika und je dunkelroter das ist, desto höher das Auftreten von Prostata, Krebs. Und damit wird der Zusammenhang klar, dass das eben auch mit der Einstrahlung vom Sonnenlicht zu tun hat. Das ist auch in der Welt insgesamt so. Auf dieser Kurve sieht man dann eben auch Nordhalbkugel, Südhalbkugel. Wo die Kurve höher ist, ist das Krebsrisiko höher. Und da, wo man näher am Äquator ist, ist das Krebsrisiko geringer. Also das hat dann offensichtlich was auch mit der Dauer der Sonnenanstrahlung zu tun, oder der Verfügbarkeit des Sonnenlichtes. Das betraf aber jetzt allgemein Krebs, nicht nur Prostata. Das war jetzt in dem, die zweite Grafik war allgemein, genau. Hier geht es jetzt um Hautkrebs, also das maligne Melanom. Ja, das ist eine sehr bösartige Krankheit und sehr aggressiver Krebs. Und da hat man eben auch eine Abhängigkeit festgestellt, dass ein höherer Vitamin-D-Status ein niedriges Aufkommen an schwarzem Hautkrebs hervorruft. Solarium ist im Grunde auch eine Sonneneinstrahlung. Und hier gilt im Grunde das Gleiche. Man muss natürlich, man darf die Dinge halt nicht übertreiben und darf sich nicht eine Hautrötung oder eine Verbrennung aussetzen. Aber ein Solarium kann förderlich sein, gerade dann, wenn die Sonne nicht so scheint. Hier heißt es auch mal, das ist ein Vitamin-D-Forscher, der hier in seinem Buch schreibt, unter Berücksichtigung aller Fakten ist es wichtig daran zu erinnern, dass Melanome normalerweise auf Körperstellen auftreten, die der Sonne nicht ausgesetzt sind und bei Menschen festgestellt werden, die sich nicht lange in der Sonne aufhalten. Es gibt natürlich auch den weißen Hautkrebs, der ist zwar nicht so gefährlich, weil er nicht metastasiert in der Regel, aber der ist ganz klar auch mit der Sonnenexposition in Verbindung zu bringen. Also man kann das jetzt nicht, will das jetzt nicht so grundsätzlich wegwischen, das Problem. Aber wir haben hier vom schwarzen Hautkrebs gesprochen und wir haben einen höheren Schutz vor dem schwarzen Hautkrebs mit einem vernünftigen Vitamin-D-Status, also mit ausreichend Sonnenexposition. Und interessant ist auch in dem Zusammenhang, dass die nordischen Länder ein höheres Aufkommen an schwarzem Hautkrebs haben als andere Länder. Streifen will ich nur mal, auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da sieht man auch in Nord-Süd-Gefälle, da zählen also verschiedene Krankheiten dazu, die Herz-Kreislauf betreffen. Da wo mehr Sonnenlicht aufgenommen werden kann, ist das Aufkommen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen niedriger. Das gilt auch für Herzinsuffizienz, wie in diesem Artikel hier gesagt wird. Das Immunsystem haben wir auch erwähnt. Hier heißt es in dem Artikel, stärken Sie Ihr Immunsystem. Vitamin D schützt vor Erkältung. Auch das kann ein Faktor sein, wenn jemand sehr häufig infektanfällig ist, dass er einfach einen permanenten Vitamin-D-Mangel hat. Das wollen wir jetzt nicht weiter betrachten, aber es gibt eben auch Zusammenhänge zwischen niedrigem Vitamin-D-Spiegel und Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose, Diabetes Typ 1, Rheumatoide, Arthritis. Aber die Psyche können wir, glaube ich, sehr gut nachempfinden. Nicht, wenn man sich die Sonne aussetzt und die so schön strahlt und man sich dann in die Sonne setzen kann, ist doch schön, oder? Ja, entsprechend liegt es auch nahe, dass das Vitamin-D-Mangel auch Depressionen hervorrufen kann. Aber eben auch Müdigkeit und Infekte haben wir schon gesagt. So, also, wie kommen wir zu unserem Vitamin-D? Und das ist natürlich ganz klar, wir könnten natürlich auch vermuten, dass wir über die Ernährung genug Vitamin-D zu uns nehmen können. Das können wir auch versuchen. Dann können wir zum Beispiel Sahne-Joghurt nehmen. Wir brauchen so 4000 internationale Einheiten am Tag, um wirklich guten Vitamin-D-Spiegel zu haben. Da brauchen wir nur 30 Kilogramm Sahne-Joghurt zu essen pro Tag. Ja, oder vielleicht Mozzarella, 20 Kilo tun es auch. Butter, 10 Kilo pro Tag. Ja, Margarine, 3 Kilo. Oder 100 Eier. Um einen guten Vitamin-D-Spiegel zu haben, bräuchte man 4000 Einheiten. Also sagen wir, wenn du 1000 Einheiten pro Tag nimmst, ist nicht garantiert, dass du über das niedrigste Level des Normalwertes hinauskommst. Ja, ja, man misst das dann über Blut. Genau, man kann das über Blut dann, ja, über Blut messen, wo der Spiegel steht. Oder 10 Kilogramm Huhn, also ihr seht, oder jetzt mal was Pflanzliches, 40 Avocados tun es auch, aber ihr seht, dass das alles schwer ist mit der Nahrung. Also wir sehen, dass der, ja, der Schöpfer hat es, hat unseren Körper abhängig gemacht vom Sonnenlicht. Ja, bitte. Also ich würde sagen, nein, ich habe immer gelernt, nein. Ich habe schon mal andere Stimmen gehört, aber es könnte vielleicht auch von der UV-Durchlässigkeit der Glasscheibe zu tun haben. Aber normalerweise, um es an der Sonne auszusetzen, brauchen wir direkte Sonneneinstrahlung und das eben ungefiltert. Also wir haben normalerweise nur 80 bis 160 internationale Einheiten und wie ich schon sagte, wir wollten 4000 davon am Tag auf uns nehmen. Also die Nahrung bringt uns da nicht richtig weiter. So, um es ein prozentuales Verhältnis zu setzen, 90% unseres Vitamin-D-Levels kommt vom Sonnenlicht. Ja? Ja, ich sage gleich was dazu. Ich sage gleich noch was dazu. Also, wie viel Sonnenschein brauchen wir? Das hängt natürlich auch vom Hauttyp ab. Und da muss man seinen Haupttyp kennen und man kann das aber individuell runterbrechen auf die mittlere Zeit, in der man Haut rötet. Also das ist eine Einheit, in der es zu einer Hautrötung kommt. Und die ist natürlich vom Hauttyp abhängig. Die ist von der Sonneneinstrahldauer abhängig und vom Sonnenstand. Also sprich von der Jahreszeit. Und das ist also die Zeit, in der man zu einer Hautrötung kommt. Und das könnte man vergleichen mit 10.000 bis 25.000 internationale Einheiten. Vitamin-D-Bildung. Ja, was ich gerade erklärt habe. Das ist die mittlere Einstrahldauer, bis die bis zur Hautrötung kommt. Und das muss man aber erstmal so schaffen. Je nach Hauttyp könnte das im Sommer auch mal eine halbe Stunde sein. Das hat ja auch was mit der Vorbräunung zu tun. Also die Vitamin-D-Aufnahme bei vorgebräunter Haut ist geringer als bei hellhäutiger Haut. Und entsprechend länger kann die Exposition in der Sonne sein. Aber bis zur Hautrötung, sagen wir mal eine halbe Stunde. Und das muss man dann erstmal bringen, dass man das, ja, nehmen wir mal an, das sind 10.000 Einheiten. Wenn wir jetzt 4.000 am Tag haben wollen, 4 mal 7, 28.000 Einheiten. Das sind dann, das sind dann schon, ja, müsste man schon dreimal in der Woche so ein Sonnenbad nehmen. Und das ist ja manchmal vom Wetter her schon gar nicht möglich, ne. Also da entstehen Schwierigkeiten und entsprechend, ich habe es euch gezeigt, ist der Vitamin-D-Spiegel von vielen halt sehr niedrig. Ja. Und so muss man das dann auch nicht übertreiben. Das ist also total verkehrt. Ja, es ist speicherbar, aber es wird auch abgebaut. Man baut ungefähr von seinem Vitamin-D-Level pro Monat 20% ab. Also man braucht da jetzt nicht jeden Tag die Sonne zu sehen, aber man braucht für einen vernünftigen Vitamin-D-Spiegel natürlich eine kontinuierliche Sonnenbestrahlung. Und deswegen ist für die meisten in unserem Breiten so alles, was nördlich des 40. Breitengrades ist, die Konsequenz, dass man auf den Vitamin-D-Spiegel achtet, den man messen lässt und zur Not auch mal zuführt, kontinuierlich. Das synthetische Vitamin-D ist sicherlich nicht so gut wie die Sonneneinstrahlung, aber es ist immer besser als ein eklatanter Mangel. Und manchmal kriegt man auch ganz erschreckende Werte raus, wenn man das einfach so mal misst und wundert sich, warum dies oder jenes Wehwehchen dann auch spürbar ist. Oder womöglich gibt es auch richtig schwere Zivilisationskrankheiten, die nicht wären, wenn man auf seinen Vitamin-D-Spiegel ausreichend geachtet hätte. Ja, und so ist man dann schlauer wie Diogenes, von dem Alexander der Große sagte, du kannst, du hast einen Wunsch frei und sein Wunsch war, geh mir aus der Sonne. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus